Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man die Reifendruckkontrolle einmal zurücksetzen kann. Ja, wichtig ist es, dass ihr dazu die Zündung einschaltet und dann gucken wir uns mal die Multifunktionsanzeige an. Ja, ich bin jetzt im Radio und muss jetzt einmal auf das K-Menü gehen. Und wenn ich dort reingeklickt habe, dann klicke ich hier einmal auf den Pfeil nach rechts und dann haben wir hier schon die Reifendruckkontrolle und dann auf Set drücken. Und in dem Fall könnte ich Bestätigen drücken. Es gibt noch eine zweite Variante, deshalb drücke ich jetzt hier Abbrechen. Jetzt zeige ich euch, wie man dort einmal hinkommt, auch wieder über das K-Menü, dann ins Setup. Und dann könnt ihr es hier schon einmal sehen, der Reiter Reifen oder das Menü Reifen. Dort klickt ihr rein und dann haben wir auch dort die Reifendruckkontrollanzeige oder Reifenkontrollanzeige. Dort auch wieder drücken und durch Drücken mit Bestätigen wird das Ganze einmal gespeichert bzw. zurückgesetzt. Ja, so einfach geht es. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen und noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne unten kostenlos meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch bald in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal.